und es hat aber das schaff ich mich durchzubuddeln das starb ich vorher ist schuld schlüssel ich habe auch noch acht bringt nur hier jetzt hat nichts und gibt es irgendwie eine falltüre eine falltüre? nicht unbedingt diese klappen halt aber da können die monster halt auch durch Nein! Nein! Neiiiiiine! NEIN! Nein! Alter, jetzt hat sich hier... das Team und alles ge.. okay, ich bin einmal tot, dann können wir jetzt hier oben einmal tricksen, wenn du oben bist bist du oben? NEN Gut was ist schlecht so mein schweiz hat diese marke ist steuerbar steht hier eine steuerbare rakete aus also wie viele skeletten zentieren ok geht wie geld ist das denn also ich kenne wird in acht geld ist gleichzeitig aber jetzt auch noch mal zwei magier nur noch ins geld dreimal und noch einen schaden schädel ach wenn es sonst nichts ist auch noch ein ton schädel aber noch machen macht es gleich kaputt schlüssel ich habe mittlerweile 9 ich habe es überlebt ich bin so weit wie ich noch nie war da in da kam dann noch ein paar Sätze zu das war dann mein Ende ja war der Spaß dran hast du kannst du mal die Hälfte Schlüssel geben oder sowas nee nee brauchst du fies äh wie geh ich dir denn so das war einer weiß noch ein Schlüssel Juhu Dankeschön nach nichts geschäftes Schlüssel ist er jetzt Prozent 6 1 jetzt hatte gerade älter verkackte in den Bisschen im Weg irgendwie schon in der Nähe folgt der jetzt natürlich nicht und was meine Lebensherzen die sind im Schwein kannst du gleich den Block wieder reinsetzen warte ich hab kein Holz ich hab dir das hast du gerade aufgesammelt egal irgendeinen Block da reinsetzen so eben ein bisschen Stuff abgeben äh so Schweinchen schweinchen dick ja ich kauf mal zwei dass du auch eins hast wieso brauch ich denn ein Schwein kauf lieber zwei kauf lieber zwei damit wenn du teins verlegst das heißt auch gut ey warte mal der hat gerade der hat was neues im Geschäft gerade gehabt ein Tresor 50 Gold jawohl das ist wahrscheinlich die größere Version davon cool dann werden wir uns gleich mal kaufen auf jeden ich geb meine gerade eben verdienten 50 Gold dafür aus natürlich so warte mal ähm und dann verlegst du den wahrscheinlich natürlich wo ist mein Tresor so das Obsidian Schild mach ich mir mal kurz das macht was ähm um immun gegen Feuerblöcke immun gegen Dingens äh äh Rückstoß so so dann tue ich erstmal den ganzen Stuff hier rein den ich nicht brauche warte mal Tränk haben wir ja hier hast du den Block schon wieder reingesetzt? ja gut dann kannst du eigentlich wieder gehen als ich dich nicht erwartet werden will aber ähm coolen blauen Mond kann sie ja auch noch dann nehmen ich warte gerade auf dich damit wir zusammen loslaufen können na das gut ich will mal weiterkommen weil es diese blöde eine Ecke und kannst mir Kugeln mitlegen äh kann ich in der Tat machen so ich tue mal kurz Leute die ist ja noch eine Grasklinge drin ach so ist Florianz Alter genau äh nicht Alter es ist Florianz genau ähm ähm so du wolltest du wolltest noch Kugeln haben ne äh ach so erstmal abladen den ganzen Scheiß ich hätte bitte gerne die besten Kugeln äh ja ich kaufe es gibt nur eine Kugelart bei dem zu kaufen den Rest müsste man sich craften und dafür glaube ich nicht die Sache ah hier sind noch die zwei Herzen drin von dir naja kriegst du gleich Muramasa ähm sieht Muramara aus cool sieht das aus und so wird gleich mal schlagen es hat so eine blaue Klinge sag mal hab ich nicht dabei nimm mit nö oder tu in dein Schwein nö oder in den Tresor he 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 meinst du den Tresor den ich nicht habe ja ach den Tresor meinst du dann halt hey es wird gerade ein bisschen windiger dass es vielleicht heute doch noch segeln geht ja können wir vielleicht noch machen zu lange sein warm sonnig bisschen Wind ja hat gerade überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun aber egal klar das hat voll viel mit dem Spiel zu tun ja ich weiß ich auch wenn man die Skeletten braucht als Segelatten also die Knochen von denen oh Gott ähm genau die wollte ich noch wegpacken äh das dauert noch ein bisschen du kannst auch noch mal eine Tour unternehmen weil das dauert hier echt noch ein bisschen ähm äh sehr gut ich mache erstmal Spiegel als Spiegel in der Wand da zu kämpfen boah jetzt wäre gerade beinahe ein Mega-Fail passiert alter das ist ja kack das ist ja gar keine Automatik hier die Pistole ähm so dann kaufen wir mal ein bisschen was an Kugeln warum ist ja ein Ameisen Löwen-Kiefer drin öther ist ne gute Frage ich hab vor allem erstmal Ameisen-Ober-Kiefer gelesen das ist sehr gut da kam dann schon so ein bisschen die Frage auf was ist ein Ameisen-Ober-Kiefer beziehungsweise wie zu doppt wird der gedroppt aber die noch viel größere Frage ist wo ist das Huhn? da ist er man weiß es nicht der Forshkart ein bisschen neues Land ja ich bring dir mal zwei Stacks wir hätten das glaube ich mit weil einen Stack hatte ich doch noch in meiner äh Truhe drin das heißt die brauche ich schon mal nicht mehr kaufen ähm so äh so lagere ich dir mal kurz im Schweinchen zwischen hey ich hab den Ozean erreicht ne doch nicht ja was denn jetzt doch nicht ich hab nur ein Goldschluss bekommen auch gut wenn ihr noch ganz kurz einmal Zeit hast wollte ich nochmal kurz was ausprobieren und das wäre? ähm die fliegende Insel immer plüdern die ist ja direkt über uns praktisch ich bin grad aber in der Wüste ja das ist mir doch egal oh hier sind Sterne Sternstoffe brauchst du doch noch ne? ja ich brauch ganz viele ich sammle ja gerade weg ja dann ist das wohl ganz gut ich hab jetzt grad auf meiner Erkundungstour auch schon zwei gefunden oh hier ist Corruption alter ich spore nur mal zwei nebeneinander cool noch einer äh Metri-Test landet cool alter wie viel liegen hier nebeneinander bitte ich werde hier sterben in der Corruption ja wirst du wahrscheinlich alter wie übel das wäre ohne Betten weil es gerade tiefste nach Corruption ach da macht er nicht mehr Spaß wenn ich sie sehe hier wenn ich sie hier gerade fast nicht bin jetzt gerade zum zweiten Mal in den Spalt gefahren und da bin ich beinahe verreckt ich weiß gar nicht gibt's die Drachen noch hier in Terraria alter was das für ne riesensteil waren das könnte jetzt echt Ozean sein ok ich hab ne gebrochene Sternengut bekommen war ein der äh den ganzen Ziel könnte sein dass man die auch braucht für den ähm und zwar ein bisschen Goldschlüssel doch kein Schattenschlüssel wie ich gedacht hätte ich hoffe mal kurz mein Leben um noch ne Sternschnuppe in der Tiefsee zu bekommen naja oh ich hab auch noch ne Sternschnuppe ich hab jetzt neun Sternschnuppen für dich boah wie cool ist das geil ich hoffe mein Leben doch nicht weil ich hier gerade ne Flosse gefunden hab die Ass äh gibt's da zwei Flossen drin oder eine? eine schade weil Flossen sind richtig cool oh hallo ich wollte noch die zweite Sternschnuppe bekommen immer so kierig werden das voll cool mit dem ohne Rückstoß kann ich jetzt einfach durch die Feinde durchlaufen und höre nicht auf zu rennen dabei geil Flossen ja dann schwimmen du wirst dir mal alles mögliche zusammenwurschteln ja aber ich weiß nicht Flossen kann man glaube ich nicht weiterentwickeln kann man die nicht zusammenpacken mit den ne ich glaub nicht kurz gucken kann man hier was weil ich hab jetzt voll Moment ich lauf hier nochmal rüber wir landen grad voll viele Sternschnuppe ja das ist krass wie viel grad landen strahlend verströmt den Aura aus Licht wie poetisch oh das finde ich gut können wir den mal gleich mit ne ich hab den schon hier reingeräumt weil ich glaube dass der Beleuchtung macht ja ja der macht Beleuchtung um dich rum aber halt nur um dich rum äh so jetzt müsste ich eigentlich alles abgelegt haben dann komm ich mal wieder zurück so bin da ey mit Flossen schwimmen ist voll lustig du wollen die ganze Zeit so aus dem Wasser ich erreiche in wenigen Sekunden die Corruption so boah es ist in der Corruption dunkel port dich doch einfach oder hast den Spiegel noch nicht doch hab ich aber ich sammle doch hier gerade Sternschnuppe achso Ozean waren ganz viele da versuche ich gerade wieder zum Ozean zu kommen boah ich hab grad noch nie Bock so ein Ei auf Cthulhu mal kurz zusägen aber jetzt will ich ja wieder runter gehen das hat dumm dann ist das ja nicht so eine gute Idee mh hm 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 Vielen Dank.